m nun was die leute mein Name ist in der Niederländischen Willkommen zu einem neuen Black Ops 2 Gameplay wer dieser Seite bekommen und wie es bekommen hat bekommen aber es ist gleich so um aber erst mal würde ich sagen dass es losgehen kann heute erstes spielen keine Ahnung ist es noch nie gespielt ich mal einmal gar nichts in gar nichts ist gar nichts ich habe ein Video für die gesehen oder so aber mehr auch nicht so es ist spannend was wir noch wenn sie auf einem damit keiner nachzudenken oder so Meld Melds dauernd und Karlo da ist einfach Melddown wenn sie denn das Haus ich kann alles für die nächste Saison Leute gar keine Ahnung von ich bin gar keine Ahnung Mh ich war nur auch ich werde euch jetzt erzählen wie ich das Spiel bekommen habe und zwar wie es per Amazon bestellt das war jetzt die Woche Dienstag und ähm naja es ist dann heute angekommen also Dienstag äh wartet kurz ja ich nenne mich mal lieber dran und dann wurde es äh kam der Postbote oder der von DHL halt und hat es mir nicht gegeben weil meine Mutter nur zu Hause war das gehen ab ich habe Leute und dann muss immer sie in so fahren dann müsst ihr euch mal vorstellen wie es sich anfühlt wenn man das Spiel in den Händen hält aber nicht spielen kann bei es dauert alter Leute geht es weiß ich muss irgendwie ich habe keine Ahnung von dem Spiel kein Plan wie ich äh was ich hier machen soll wer reitet nein er ist mein erstes Geld nicht hin Alter ich will mich entjungfern in dem Spiel komm schon entjungfern ich was Gott was das für eine behinderte Waffe alter noch nie so eine schlimme Waffe gesehen ja ja die Waffe hat Schuld ist klar du bist uns schuldig nein nein okay Leute ist leicht ne also diese Waffe habe ich echt noch nicht so eine schlimme Waffe gesehen die sieht schon ja viel besser das lag an der Waffe hab dich du Lappen was habe ich jetzt riesen Snickers aus oder was ah ne hab ich ja schon haha Spaß Achtung feindliche Krone näher sich tschüss du Lappen ha oh die Krone aktiviert sich aber schnell Leute nein von wo kommt er es leicht um zurück wo steht er ist schon nein die Sniper werden noch sonst ich habe keine Ahnung, ich habe gar keine Ahnung von den Maps, aber kein Plan, habe ich eine Granate? Ja. Gut, die war nicht ganz... Ich glaube, so sollte man keine Granaten benutzen. Nein, die habe ich echt nicht gesehen, Leute, sorry. Oh Mann, ich muss das erst Spiel gewinnen. Es ist mir aber sowas von scheißegal, wenn ich nicht gewinne. Ich bin von diesem geilen Gameplays weg. Und das ist eben ein erst Gameplay. Gar keine Ahnung von dem Spiel, wirklich gar keine Ahnung. Oh ja, wo bin ich jetzt? Ach ja. Die Connection ist in Ordnung. Nicht die beste, aber es ist in Ordnung. Es ist, ich kann mich nicht nüsst werden. Drohne erwartet Befehl. Hier, Sohne, ich bin cool. Drohne nähert sich. Cool, ich habe eine Sohne. Okay. Ich glaube, ich muss meine Affiliate hier hochstellen. Weißt du, ich gehe gar nicht, Leute, also... Stopp. Nein! Na, juckt mich eigentlich gar nicht, aber... Du kannst sterben gehen. Danke. Nein! Ja, wo lang? Nein! Das wusste ich nicht. Oh, ich war manchmal so schlecht. Du bist ein feindlicher Vorräter. Nein! Was für ein Vorräter, Alter. Noob, Alter. Ja, jetzt muss ich meine Affiliate höher stellen. Machen wir mal auf sechs. Ja, aber es geht ja nicht anders. Ja, schon besser. Kannst du mich verarschen, oder was? Ich bin hier der Verarsche, Alter. Mich kannst du nicht verarschen. Nein, nein, nein. Geh weg. Okay, du willst das... Was war das? Eine Präter, oder was? Gibt sich hier auch Praters? Oh Gott, Leute, ich habe gar keinen Plan. Nein, ich darf nicht verlieren. Ich darf nicht verlieren. Eine feindliche Drohne nähert sich. Was für feindliche Drohne? Der hat gar keine Drohne verdient, Alter. Ey! Soll das ein Scherz sein, oder was? Hier, nimm das, Alter. Was ist das? Nein, was habe ich das? Was habe ich das? Zweitwappen, Alter. Oh, sorry, Leute. Was ich verliere. Also, das war jetzt nicht so geplant. Aber ich bin ja noch nicht sicher. Ich bin ja noch nicht sicher, dass ich verliere. Aber er sieht halt nicht gut aus für mich. Wie gesagt, ich habe das noch nie gespielt. Nicht einmal. Ich habe sofort bekommen, sofort ein... Ach so, ja, transportier dich ruhig. Ist ja nicht so, das ist... Nein. Na, Leute, das wird knapp. Ja, drei Kills mäßig. Äh, 24. Wo bin ich hier? Was ist das? Was soll das sein? Leute, ich, äh... Ich wollte nur aus Spaß mein erstes Spiel aufnehmen. Was, überleben da? Nein! Er hat 25 Kills, der Affe, Alter. Ich dann nochmal hier lang. Hier kann ich mich wenigstens aus jetzt. Ich meine, ihr müsst euch mal das Gefühl vorstellen, wenn man Black Ops 2 in den Händen hält und dann kommt noch dieser scheiß Stau, Alter, im Weg. Da hat man echt keinen Bock mehr zu warten, ey. Und da will einer noch vor mir parken, ne? Und dann machte noch so einer auf extra langsam. Ey, ich wäre fast ausgestiegen und hätte ihm meine Meinung gesagt. Kann man nicht campen? Kann man nicht, gut. Bin ich jetzt hier richtig, oder was? Laufen wir hier mal einfach lang. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Drohne erwartet Befehle. Nein! Ich hab noch Snickers Eis gegessen. Wie geht sowas, Alter? Ach, gewonnen. Alter! Leck mich am Snickers. Gut. Noch ein Spiel geht allein. Und ich will noch Leute. Hab ich Bock, oder? Hey, 31, YouTube. YouTube-Wert. Voll cool, ey. Okay. MP7 nicht schon wieder dir, Alter. Von der hab ich schon genug eingeläht. Ich bin nur Hardliner, um irgendwas zu schaffen. Was? Beschützt gegen Zielsysteme. Inklusive Dual Band. Was soll das Dual Band heißen? Kaltblütig. Wieso nicht? Nein. Nehme ich doch lieber das hier. Man scheint hab ich hier gar nichts. Ist doch mal geil los. Ja, egal Leute. Scheiß auf! Spaß. Oh nein. Es ist leer. Egal. Hab ich ja noch zehn Tonnen hier unten in meinem Kühlschrank stehen, ne? Von dem Zeug. Frei für alle. So. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt zeig ich euch, das funktioniert hier. Das wird unser größter Triumph. Ja. Das denke ich auch. Das unser größter Triumph hat er gesagt. Deswegen, falls ihr euch das nicht hört. Nein! Oh, hier ist ein Sniper sehr, sehr im Vorteil. Also, muss man ja schon sagen. Kein Plan. Nein, nein! Von wo? Gar kein Plan, wo ich hier bin. Nein! Gott! Ich kann gar nicht klar hier. Sie soll aber gut sein, die Waffen. Hab ja nicht mal Aufsätze drauf. Nicht dein Ernst, oder? Noch nie so was Schlimmes gesehen, Leute. Noch nie so was Schlimmes gesehen. Echt nicht. Noch nie so ein Schlimmes irgendwie gesehen. Feindliche Drohne nähert sich. Nein, nicht feindliche Drohne. Nein! Nein! Oh, Leute. Ich bin so mit Emotionen dabei. Das glaubt ihr gar nicht. Aber es bringt mir leider nichts. Das war die falsche Waffe. Ich weiß nicht, ob es dafür Aufsätze gibt, damit sie vielleicht präziser ist oder so. Nein! Du! Ich hab auch lange nicht mehr irgendwie gut gespielt. Also ich hab ja nur... Oh! Reflex-Visier. Cool. Vergeltung. Was soll ich damit anfangen? Kann ich mir jetzt einen Keks kaufen, oder was? Okay, Leute. Falsche Waffe. Ich nehm die... Ich nehm Söldner. Kein Plan, Leute. Gar kein Plan von gar nix. Ich bin einfach nur schlecht in dem Spiel, aber Leute, ich... Ja, ist schon viel besser für diese Map. Nein. Ey! Sowas klappt anscheinend hier nicht, oder was? Muss ich Angst haben, dass da jemand spawnt, weil ich auch hinter ihm gespawnt bin, oder was? Nein! 6 zu 9, shit. Keine Ahnung, ich bin irgendwie nicht egal, so mit... Ich muss ja am Anfang so spielen, damit ich Perks freischhalte, die ich dann brauche für... Ihr wisst schon was, ne? Ne, also ich hab gar keine Chance, ich weiß gar nicht, wo... Wo wer ist? Ich kenn mich... Wo geht's hier hoch? Nein! Mann! Scheiß Sniper, Alter! Komm, wo du auch immer bist, stirb einfach. Ding hab, sieht aber nicht schlecht aus, nur halt das, äh... Ja, ich, äh, komm leider nicht klar. Was ist das? Cool. Das ist nicht sein Ernst, oder? Das ist nicht sein Ernst, Gott! Nein, Gott, der stirbt nicht. Ey, Leute, ich bin so... Das nervt so, ohne Witz. Also, ich hab... Noch nie sowas gesehen, was so nervt. Hier, nimm das. Lappen, Alter. In Achtung! Feindliche Konterdrohungen! Noch nie so... Was ist das jetzt hier? Neu ist, Alter. Type 95, äh, ist die irgendwie... Vollautomatisch, oder was? Wow! Was hast du? Das sieht aus wie die Type, irgendwie. Aber die sind richtig gut zu sein. Nur Leute, ja, gut. Ich hätt mein Maul nicht so weit aufmachen sollen. Ja, hätt ich wirklich nicht. Ja, Leute, tut mir da voll leid, aber ich verkacke richtig gerade. Aber ich werd sowieso hochladen, das rückt mich eigentlich gar nicht, ob ich jetzt richtig verkacke. Weil, äh... Ich wär natürlich eh hundertprozentig besser in dem Spiel. Feindliche Drohne nähert sich. Feindliche Drohne nähert sich. Ich bin ja... Ja, eigentlich ist auch nicht schlecht. Nur, wie gesagt... Die Gegner haben es halt leicht in mir im Moment. Was ist das jetzt? Nein, 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 nein! Wow! Wow! Ich bin ja gar nicht mal so schlecht aus, das Teil. Das mag ich, das gefällt mir. Okay, das war jetzt ein bisschen, äh, unüberlegt. Tut mir leid, Leute, die Spiegel bin ich auf keinen Fall mehr. Ich, ich, das ist einfach... Merkig, echt, also... Was? Farschen? Stirb doch einfach, du Lappen, Alter. Ach doch, weißt du, wir drohen. Ja, mein Aiming ist auch nicht in Ordnung mehr. Das ist mal, was das mal war. Naja, gut. Hauptsache, er kommt von unten. Was ist das? Oha, Akimbo, was geht ab, Alter? Wir nehmen das zu Lappen. Ist ja super schlau, hier Akimbo zu nehmen, ne? Ja, super schlau. Scott, ist das behindert. Aber das erste Spiel habe ich immerhin gewonnen. Also ich bin eigentlich einer, der sehr selten in der Falle verliert. Ich eigentlich fast nie. Aber wie gesagt, mein erstes Spiel. Und irgendwie komme ich gar nicht klar. Ich weiß echt nicht, um was es hier geht. Ich komme einfach von diesem Farsch nicht mehr weg, ey. Wohohohohohoho. Wohohoho. Es passt. Ähm. Okay. ich habe verloren ne Spaß beiseite ähm 19 zu 20 ich bin richtig gut wie soll ich das einzigartig gut Leute ich zocke jetzt ein bisschen damit ich purksweig halte ihr wisst schon für was und dann würde ich mal sagen dass wir uns dann hören und erstmal lasst mich zocken suchten ich meine ich habe der Kopf und Snickers Eis mehr brauche ich in meinem Leben nicht also wozu in real life und bis zum nächsten Mal Ciao es ist es be be Bis zum nächsten Mal.